Geschüttelt hat mich in diesen Tagen die Nachricht, dass trotz Schrumpfen der Weltwirtschaft die Rüstungskonzerne Profit gemacht haben, dass die Rüstungsausgaben da gestiegen sind und dass Geld in dieser Phase auch der Pandemie, die weltweit wirklich wirklich das Geld wir für was anderes brauchen, jetzt wieder für Waffen ausgegeben wird, unmöglich. Gerührt hat mich dass trotz allem und den Schwierigkeiten in der Pandemie das Friedenslicht verlässlich von den Pfadfindern in die Kirchen findet, hier auch in den Dom zu Magdeburg und ich finde das toll, dass wir dieses Licht weitergeben und wir brauchen gerade in diesen Tagen, wo unsere Gesellschaft so auseinander fällt, dass wir uns um das Licht von Bethlehem versammeln. Und selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. .